Oh, wir sind super. Wir sind super. Das gibt es was. Nein, das sehen wir ja nicht. Was haben wir lohnt? Ich hab keinen Plan, wie lange wir aufnehmen. Dann machen wir jetzt mehrere Parts. Wenn das so lange dauert. Komm her. So ein Satelli retten. In der Fabrik. Ja, diese Frau. Frau Hühnchen. Frau Hühnchen-Taube, die... Du musst gleich mal das hier zur Seite. Ach so, die kann man schieben. Was? Die Klonen hier Smilies. Ach nee, das ist dieses Ding, was unsere Namen wollte. Oh Gott. Nein. Ich bin schlecht. Extra leben. Hallo. Sind wir da? Nicht so weit, nicht so weit. Ja, ich musste auch mal durch. Wir haben nur vier Leben. Okay, wir müssen uns da einschieben. Das ist wie Selda mit den großen Steinen, die man verschieben muss. Und unseren Speicherpunkt haben wir auch. Ein paar Kämme, was auch immer die bringen. Ich vermute, die bringen aber nur Punkte, oder? Ja, und dann einen Bonus. Ach so, du musst das Ding da kaputt machen. Und dann kann ich das da auf das Ding da drauf schieben. Das ist feinste Selda-Style hier. Weg da, weg da. Ping. Okay, wundervoll. Dann schau dir mal mit meinen Frisuren, die voll scheiße. Ja. Ja. Loi. Verrückter Wissenschaftler. Hinterher. Wie sind es denn Wissenschaftler? Hä? Was zum? Birnen. Verlappte Birnen. Mit Mistgabeln. Oh Gott. Meine Haare. Karotte. Karotten sind... Gemüse und Obst und... Die hat einen Tanker an. Bam. Adapte Karotten und Birnen. Wieso grinsen die so? Ich rette dich. Ich rette dich. Das ist ein Nut-Fuck-Man. Wieso geht es nicht immer aus dem Bild? Was haben die überbrüllen? Okay. Das ist... Das ist echt einfach. Da. 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 Da züchten die diese Äpfel. Oder ob es Hasbray. Das braucht. Das brauche ich. Das brauche ich. Guck dir mein Leben an. Ich meine. Ich habe weniger Leben als du, aber egal. Hasbray. Hasbray. Yes. Das tust du da. So, wir müssen ja runterschieben. Okay. Volles Rätsel. Die müssen wir nach da noch schieben. Aber die ist schon nach da. Aber die war noch nicht komplett drauf. Die war so drauf, dass es funktioniert hat. Achso, okay. Scheiß Birnen. Das ist ja nicht Äpfel. Ja, das ist wie Äpfel, finde ich. Äpfel unter der Erde, genau. Aber Birnen. Alter, wie toll die leuchten. Dieser verrückte Doc. Werden nicht kriegen. Da ist Hasbray für dich. Dumm-Töpfe. Ich glaube hier. Was zum. Alter, das hat dich gebissen. Und jetzt mal das Hasbray. Nein, auch nicht. Weil ich glaube hier kommen Gegner. Aber hier sind zwei Hasbray. Ah. Das ist kacklich. Was bist du? Hätten wir das vor nicht geschlagen. Das ist dann komplett anders. Ich sehe aber so. Okay, wie das soll ich keine coolen Sonnenbrille. Weil ich mein Master. Okay, doch, du hast so eine sonst was anderes. Oh, wann, wann, wann. Alter, was tust du da? Okay, lass mich. Lass mich einsammeln. Mein Kampf. Wir gehen jetzt in das Camtasia-Studio. Verdammte. Was ist das? Und das ist diese Dinger, die uns zum Arm wollen? Ich glaube. Oh Mann. Der programmiert sowas. Ich feiere das immer noch. Was ist das für jemanden, der zu uns sind? Weil es ist noch gegen... Okay, wir wollten die damit. Okay. Gut. Ah, hallo, Verkämpferschaffner. Was ist denn mein? Okay, mach mal. Ich bin tot. Achso. Achso, hast du ja wieder. Was muss ich hiermit machen? Ich glaube, unsere Detaile schieben. Ach, da oben ist so ein... Ach, Möbel. Was ist denn noch immer? Dafür ist es nach rechts entschieden, oder? Nein, da ist... Da passt das doch gar nicht durch. Bestimmt. Genau, genau deswegen. Nein, das passt nicht. Echt? Oh, das passt doch. Nikol ist schlau. Komm her. Danke. Alter, Nikol ist genius. Nicht noch. Kommst du? Ja, ich probiere es. Ich bin halt so genius. Okay, okay. Ich liebe diese Waffen. Okay, ich mach die links. BAM! Oder so. Alter, die hat mich in den Rücken gepikst. Die haben nur noch sehr wenig Leben. Was passiert, wenn wir Game Office sind? Müssen wir jetzt das komplette neu machen, oder? Ich glaub, nur die... Es geht ja nach Wellen. Es steht auch immer zwischen den Wellen. Gropfless. Zwischen den Wellen? Äh, verdammt! Sind das... Was ist das? Sind das Limetten? Das sind blaue Elementen. Das sind Blaubeeren. Verdammte Blaubeeren. Niemand mag euch. Ich mag Blaubeeren eigentlich, aber die da mag ich nicht. Hm! Geh weg! Verdammte Blaubeere! Ich rette dich! Geh weg! Okay. Haben wir das auch erledigt? Ich bräuchte ein bisschen was. Fuckin' mir lohnen, ey. Meine Haare sind scheiße aus. Ich brauche Haare. Meine sind schlimmer aus. Was? Wieso ist das hier schon weh? Warte. Wieso klont dieser verrückte Frau? Das ist doch Blaubeeren. Bier? Ich hab' mir geguckt. Okay, wir müssen das nach unten. Ja. Du bist Schaffler. Warte. Komm her. Komm her. Geht nicht. Warte. Du hast das Ding runtergefahren. Du Penner. Du bist so nah. Geh weg. Okay, wir haben nur noch ein Leben. Nein, du musst, du musst nach rechts. Okay, los. Wir haben nur noch ein Leben. Du willst nach links. Nein, wir müssen nach rechts. Okay. Tötet das Fisch. Blaubeeren! Der Blaubeeren! Okay. Achso, jetzt müssen wir was mitnehmen, ne? Ja. Okay. Okay. Du musst den Knopf drücken. Mach schnell. Nicht den Knopf. Den oben. Ja. Es hätte mich noch getötet. Hättest ja. So, das Wissenschafter, wir kriegen dich. Oh Gott. War im Blaubeeren. Die hat mich am Kopf gebissen. Jetzt ist eine Blaubeere. Ich bin eine Wehrbeere. Okay. Verdammt. Okay. Was jetzt? Ich hab' die bring' aber nur Punkte, oder? Alter, deine Hand ist so schwitzig. Ihr wisst, ich hau' mit der Z-Taste. Der haut mit der E-Taste. Die sind so dicht nebeneinander. Nee, ich lauf' mit der B-A-S-D. Achso, ich lauf' mit B-A-S-D. Ach ja, stimmt ja. Okay, okay. Achso. Genius. Entschuldigung. Wir haben noch ein Leben. Ja, sehr gut. Vielleicht. Bosskampf? Brokersave. Okay. Voll gespeichert alles. Alles gut bei dir da unten? Nee. Komm her. Schieb's uns aufs Linke. Okay. Du musst zwischen, warte, du musst zwischen beide. Ja, ich versuch's. Warte mal. Okay. Okay, jetzt komm. Verdammter. Hippie. Guck mal, bei dir sieht man nicht mal die männlichen Nippel. Hieb mich. Hieb mich. Hieb mich so. Okay. Es ist... Nein! Pass auf! Renn! Renn! Okay. Hau zu! Hau zu! Hau zu! Bonusleben. Sehr gut. Hallo. Tschüss. Wo muss ich hin? Keine Ahnung. Ich drück' mal den Knopf. Das ist ein Schalter. Oh! Da ist ein Kasten! Nein! Okay. Ab ihn, ab ihn, ab ihn, ab ihn, ab ihn, ab ihn. Und den müssen wir jetzt darauf schieben, nehme ich an. Ich mag das Konzept von dem Spiel ein bisschen. Dann kann man vielleicht ein paar Power-ups oder sowas einbauen, aber an sich ist das eigentlich richtig nett. Fuck! Birnen! Karotten! Das sind keine Birnen. Da sind das Birnen. Das sind... Karotten. Nein, dass die Grünen sind Birnen. Ich meine... Alter! Ich weiß, was du meinst. Guck dir das Gesicht von diesen Karotten. Die gucken so... Die haben keine Freunde. Dann hat die Blaubeeren. Die sind wie zu glücklich. Für solche großen Blaubeeren mal... Wow! Diese Birnen, die gucken wie Spongebob! Nee! Und wieso gehen die immer aus dem Bild? Ich verstehe das! Ja, weil du so nah am Rand bist. Okay. Kommt jetzt bald mal ein neuer Boss. Ich will hier... Ich will aber nicht... Wahrscheinlich ist dieser Wissenschaftler der Boss. Da ist er. Ne, ist ein Gartenswerk. Ähm... Was? Was zum... Was ist das? Was ist das? Ich hab keine Ahnung. Das ist nicht mein Teddybär. Nicht. Oh Gott. Ah. Slavesport. Okay. Einfach warten. Haha. Das war nicht gut, oder? Wir haben kaum noch ein Leben. Glaub nach unten. Ah. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Ich lade hier auf. Bam! Ach ja stimmt, man kann ja aufladen. Alter. Alter. Houseway. Houseway. Das brauchst du. Aber erst gibt es die Dinge nach unten schieben. Nein! Warte. Okay. Pass auf. Ich bin eingepackt. Ich konnte nichts machen. Ich bin tot. Ich hole dich jetzt nicht. Ah genau. Jetzt schiebst du nach unten. Genau. Okay. Lebe ich wieder? Nein. Doch. Ja, ich lebe wieder. Fuck. Ich fange mir lohnen. Das ist das wunderschön. Entschuldigung. Oh fuck. Rennen. Gott. Ist zu schaffen. Ich gehe hier unten rum. Ihr habt den 6-Spot. Gut gemacht. Ich gehe drunter. Gut gemacht. Gut gemacht. Ich gehe drunter. Gegen den Strom. Okay. Okay. Jetzt rennen. Okay. 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 Wir haben das geschafft. Bonusleben. Aber wir sind wieder bei 3 Leben. Das ist gut. Sehr gut. Hör auf damit. Ich glaube wir müssen. Wir brauchen das aber noch. Bist du sicher? Bist du uns einquetschen hier? Ja. Rennen einfach. Ja, ich renne doch. Ja. Karotten. Birne. Karbirnen. Das kreuz wird geschlagen werden. Ich mag das nicht. Ja. Alter. Weil wenn ich jetzt hier alles nur ein Traum. Ja wahrscheinlich. Nein. Nein. Der Traum hat ich mit meinem Teddybär schon. Die Hippies sind wieder da. Ja davon ist ein Hippies. Und ein wöbliches. Verdammt der Polizisten. Haben die meinen Gras doch gefunden. Ich bräuchte dringend mal ein bisschen Heartbreak. Heartbreak. Von dich. Du kriegst. Aha. Aha. Ja genau. Das typische Versteck hinter den Bücherregalen. Ja. Hinterher. Er liegt totenschädel auf dem Bücherregal. Okay laden wir unsere Chakos auf. Jetzt kommt ein Bosskampf. Ah ja. Oh. Schade. Okay. Du willst mich niemals. bis da Techniken erreichen. Bitch. Ja genau greif uns mit Kästen an. Und wie kommen wir an den ran? Haben wir die Dinger gekocht? Warte ich schon. Aber kann die Dinger kaputt machen? Ich lenke das ab. Okay. Komm her. Komm her. Komm her. Es hüttelt sich sogar selber. Ah ok. Nee nee. Es hüttelt sich nicht selber. Wenn wir die Dinger kaputt machen. Dann stirbt das Ding da. Also dann stirbt der Stampfer. Verdammt. Ach an der Seite hat das auch noch so ein Ding. Oh shit. Okay. Ja. Komm her. Stirb. Fuck. Ah. Das ist gar nicht so einfach dem auszweichen. Was sollst du vielleicht mal reden? Hey du. Ich schaff's nicht. Ich hab U gedrückt aus Versehen. Nein. Gott. Er kann ich immer zweimal hintereinander. 3. Ne. Zweimal hintereinander. Dann soll er mich hierher kommt. Da reiche ich ihn nicht. Ja zweimal hintereinander. Er macht. Jetzt. Und dann jetzt nochmal. Okay. Okay. Schneller. Schneller. Ich kann nicht so schnell. Yeah. Nein. Nein. Lauf nach unten. Wieso ist er jetzt gestorben? Hi. Oh mein Gott. Ich frage mich gerade wieso er gestorben ist wenn wir das Ding kaputt machen. Was zum... Hallo Katze. Wir können das nur in der Hand sehen. Das ist eine interessante Katze auf jeden Fall. Ja. Bücherregal. Wuuu. Was zur Hölle. Ähm. Ja. Sehe ich genau so. Sehe ich bestimmt genau so. The Fishy Theater. Okay. Würde ich sagen. Das reicht langsam vor diesem Flash Game. Wir haben genug gesehen glaube ich. Echt? Ja. Das reicht. Würde ich natürlich auch sagen wir sehen uns bei einem neuen Flash Game oder irgendwas anderem wieder. Dragon Quest und Dead Space kommt selbstverständlich ebenfalls noch. Und meine Haare sehen wieder voll stylisch aus. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.